Yo Freunde was geht ab? Mein Name ist Hick und Willkommen auf meinem Kanal Freunde. Ja Freunde heute gibt es was anderes Jungs und zwar Prime Icon Discard Roulette Jungs ja das haben wir auch im Stream gemacht vor anderthalb Monaten vor zwei Monaten ja und jetzt dachte ich mir weißt du was jetzt machen wir mal so ein Video daraus und natürlich habe ich den Special Guests. Ich wollte Furky sagen. Los Furky was geht ab. Grüße hier raus Freunde. Ja ich bin hier heute mal auf entspannten Haseln weil ich weiß ich ziehe gleich Rullet ja und ich glaube es ist so wahrscheinlich dass der 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 Spieler mit dem der weniger kostet wird dann abgestoßen ja so sieht es aus ansonsten falls ihr Verbesserungsvorschläge habt Jungs schreibt das einfach unten in den Kommentaren wir können das von Preis her machen ja oder Rating. Schreibt das einfach gerne unten in den Kommentaren wir haben zwei Stück vorbereitet was heißt das wir haben natürlich auch bei Furky was gedreht checkt auf jeden Fall aus Jungs er baut noch ein paar Abos dann hat er dir 50.000 geknackt ich hoffe wir schaffen das ja Jungs lasst ein Like da wie viel Like schaffen wir Bro für Icon Discard Roulette. Bruder ich würde sagen so 4.000. 4.000 Likes sind machbar. Jungs wenn ihr Lust auf Icon Roulette Discards habt ja dann lasst ein Like da ich würde euch auf jeden Fall freuen auch ein Abo okay wir haben viel gequatscht. So Lost wir fangen dann an ja komm ich zähl mal runter. Bruder lass erst mal Bildschirm also ich mach Bildschirm aus ja ich hab voll vergessen. Genau ich hab jetzt Bildschirm ausgemacht. Warte kurz. Ich schau einfach meine Elgato nicht an. Okay 3 2 2 1 1. So X. So ich hab jetzt X gedrückt. Jetzt öffnet das Pack. Ja der geht jetzt schön rein. Ich glaub du brauchst jetzt du musst jetzt so bis 15. 1. 3 3 3 4 5. Ich hab X gedrückt. X. Jetzt gibt das. 5 4 3 2 1 1. R 2 5 4. So ganz langsam gucken ohne zu sehen. Okay es hat geklappt. Bei mir hat es geklappt. Ja bei mir hat es auch geklappt. Ich mach jetzt mein Bildschirm wieder an hier. Also Bro. Dann gehen wir rüber zu Verein. Ja. Ja würde ich auch sagen. Okay Bro. Dann Liga. Ich bin so gespannt. Ich hab richtig Bock zu. Stellt euch schon vor ein Ronaldo oder so. Jungs schreibt mal unten in den Kommentaren was ihr gezogen habt. Schreibt mal unten in den Kommentaren habt ihr Ronaldo gezogen. Schreibt mal rein ey. Ja jetzt. Stell dir mal vor ich ziehe Pelé du ziehst Ronaldo. Ehrlich 100.000 Klicks mit dem. So. Waits. Wir fangen mit Wales an oder? Äh. Was. Ich würde von vorne anfangen. Oder okay. Komm fangen wir bei dir rückwärts an. Wir fangen an so. Okay. Wales ja. Wales. Ja erstes Land. Wales Freunde. Bist du bereit? Let's go. Okay. Ich hab nichts. Kein Wales Dinger. Kein Wales. Ey ich dachte. Du warst so ruhig gerade. Ich dachte nur Wales ey. Du warst safe. So was kommt dann. Als nächstes kommt Öspakistan. Bruder Video muss doch irgendwie auf 10 Minuten gestreckt werden. Ja nochmal. So. Ukraine Dinger. Komm. Let's go. Warte kurz. Warte ich bin noch nicht. Ah da. Capital Bra. Bitte komm nicht Bruder. Drei. Zwei. Zwei. Eins. Go. Ja man. Ist nicht. Okay. Nicht runter zählen. Immer sonst. Die Leute nerven immer im Stream. Weil ich runter zähle. Ah der Stream. Ich zähle aber so von 20 runter. Ich finde das eigentlich nicht zu leid. Okay go. Tschechische Republik. Ja let's go. Und go. Auch nicht. Okay 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 okay. Okay weiter geht's Bro. Was kommt jetzt als nächstes? Du bist so unser Experte hier. Ähm Bruder ich würde sagen Schottland. Schottland? Direkt Schottland? Nein. Beden. Klar. Ja stimmt Schweden erst. Beden. Oh Larsson. Gar kein lustiger. Ich hab Larsson schon mal gezogen Alter. Wird sehen nicht. Let's go. Komm. 3. 2. 1. Go. Kein Larsson. Okay Schottland. Dankeschwär geil Digga. Dankeschwär geil. Wär geil. Aber nicht für Video Digga. Sonst würde das Video hier 5 Minuten dauern. Also Jungs. Dankeschwär. Dankeschwär. 3. 2. 1. Go. Und kein Dankeschwär. Ja. Glück gehabt ne. Für dich muss jetzt. Ich weiß bei mir wird nicht Top 9 Nationen kommen. Aber bei dir wird Russland als nächstes. Let's go. Okay. Kein Russland. Hier weiter geht's. Hast du Russland? Hey Haji. Ey Haji würde passen. Schreib mir mal Haji auf. Let's go. Ey Haji. Yes. Let's go man. Okay. 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 Oh Republik Irland. Das ist das aller Schlimmste. Jungs schreiben unten in den Kommentaren. Bitte. Wer ist der schlecht Agend? Roy Keane. Nakata. Und da war noch einer. Ah Shira glaube ich. No. Rush. Rush. Bruder. Okay Tarmade. Let's go. Let's go Irland. Nichts. Wird jetzt interessant So weiter geht's Was kommt jetzt als nächstes hier Ich glaube in Nigeria Oh man Nein nicht Nigeria Nordirland Das vergisst du immer wieder Letztens hast du auch Nordirland vergessen Und du hast auch West gezogen Falls du dich erinnerst Mein Freund Ja Let's go Leider nicht Nordirland Okay Weiter Nigeria JJ Okocha Grüße gehen raus 35 cm Und 3 2 1 Go Und Kein Okocha Ey ich bin gespannt Was da kommt Mexiko glaube ich jetzt Mexiko Gar kein Bock Ich glaube Mongolei Okay Einfach weiter Mexiko Sanchez Oder Hernandez wollte ich sagen Aber der ist nicht Ist nicht Ich glaube Es ist wieder bei mir In Spanien Japan Ach du Scheiß Ein dicker Letztens Abacad Links Nakata gezogen 3 2 2 1 Ein Japaner Sehr gut Kein Nakata Hier Gehen wir weiter Wir gehen weiter Ich glaube das Finnland Oder Ghana Ne Ghana Ghana Let's go Ich habe schon gedrückt Ghana ist nicht bei mir Ich wollte schon vor 5 runterziehen Schneller Haas Der Seko heute Ghana Bei Ghana Okay Dann Elfenbeinküste Oder Finnland Glaube ich Oder Finnland erstmal Finnland Nein Ist keiner Okay Deine Elfenbeinküsse Auch nicht Auch nicht Elfenbeinküsse Ah die Die Drogba Den habe ich Zweimal schon Dieses Jahr gezogen Und Ja So Als nächstes Dänemark Hast du Drogba Oder was Findest du Drogba Gut Hast du Drogba Gezogen Ja Als ehrlich Jetzt Mein Gott Der ist so schlecht So Jungs Ich mache mal hier weiter Jetzt Dänemark Auch nicht So Wo sind wir jetzt Ich habe gerade Abgecheckt Drogba Kostet Ungefähr 350k Das heißt Ich muss jetzt Einen drüber Klatschen Kein Bulgari Was habe ich gesagt Jungs Er wird safe Top 9 Nationen Haben Und ich nicht War wieder klar A Gibt es jemanden Mit A Nein Nein Gibt es nicht Du bist Bei Top 9 Okay Sag an Als nächstes Wir machen jetzt Positionen Natürlich Bruder Bruder Wir machen so Gehe von unten Nach so oben Und ich sage einfach Stopp Mach einfach so Dings Ich sage Stopp Stopp Bankreich Oh Es geht die Rennen In einem interessanten Land Los Oh mein Gott Position Als erstes Verteidiger Ja Mach Mal gucken Bin ich Oh mittelfeld Ich will kein Pires Bitte Bitte kein Pires Gehe von dir Was sie dann Digga Dürmer Ey mein Herz Weiter geht es Jungs Stopp Oh mein Gott Brasilien Digga Mach doch nicht Sowas Mach Torwart Brasilien Torwart Gibt es doch nicht Verteidiger Lost ey So Verteidiger Carlos Alberto Incoming Digga So viele Leitspiel So Mittelfeld Ey Mittelfeld Ein Sokrates Bitte Gar kein Sokrates Digga 3 Leichtkarten Ey Stell mal vor Ronaldo Das wäre krass Das wäre unnormal Nein Nein Bruder mach mal Position Machen wir Position MS Lass mal schauen ob Kreuf oder Hullet Drinnen ist Ja Okay dann Mach wieder Stopp Komm Nein So weiter geht es Stopp Ey du hast so ein Glück Digga Du hast so ein Glück Das Ding ist Ich schaue gerade Ja Aber das bringt nichts Selbst wenn ich Stopp sage Bis du stoppst Bist du eh wieder woanders Ja komm mach mal mit Torwart Junge das da jedes Mal Das war schon ein bisschen irritierend Alter So 1-6 hier Verteidiger Oh ne Jetzt kein Glück Mittelfeld Dann komm Digga Es kann was krasses werden Oh shit man Jetzt ne Auch nicht Ja ja Es ist was Es ist was Okay mach weiter Komm Option Okay weiter geht es Stopp Ich drücke einfach Ich drücke einfach Nein Deutschland nichts Okay 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 ist gut Ey Stopp Italien Nein Jetzt ist vorbei Jetzt ist das Video Ist zu Ende Digga Ich würde Bin ich gespannt Digga Ich würde drücken einfach oder Wirst du Einfach drücken Baresi Okay Ich weiß Ich glaube Baresi ist sogar teurer Oder nicht Ich glaube nicht Was kostet Dings Geh mal Transfermark Schau mal Meine Damen und Herren Damit Ich stoße mir hier Baresi jetzt ab Alter Wie viel gast denn 215k Jungs ich mach jetzt kein Gold Upgrade Ich stoße jetzt einfach so mal ab Ja ich hole den eh nicht Ich würde ja Weil vor allem Digga Kann man die überhaupt zurückholen Wenn man den aus dem Ist jetzt nicht Aber ich hole den eh nicht zurück Digga So Baresi Jungs 390 Schmerz schon ehrlich gesagt Aber egal So sind die schwierigen Zack Baresi weg Ja GG Ja Jungs Ansonsten Ja Falls euch das Video gefallen hat Einmal die Daumen nach oben Ja wenn wir die 4000 Knacken Es wird schwer Ich weiß aber so 3000 Würden wir auf jeden Fall knacken Ja Dann machen wir Nächstes Folge auf jeden Fall Sofort wieder Ja Wieder eine Icon Roulette Vielleicht Zwei Stück oder so diesmal Ja Wenn ihr Lust habt Und checkt auf jeden Fall Furkis Kanal ab Beziehungsweise ein Video Jungs Ja Da haben wir genau das gleiche gedreht Und macht die 50.000 Bei ihm voll Und das war's Noch was Checkt meine Instagram Seite ab Ja ich werde nächste Woche Dienstag Ein Turnier veranstalten Auf YouTube Und falls ihr Fragen habt Könnt ihr mir da schreiben Und du hast die letzten Wochen einfach So Freunde Haben wir wieder sehr sehr viel Spaß gemacht Heute mal so ohne Gameplay Äh Dies das Ähm War sehr sehr nice Hat mich gefreut Ausnahmsweise mal gewonnen hier Nach langer langer Zeit Und äh Ja Haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao ciao